Hallo und herzlich Willkommen zurück bei Towns. Heute wollen wir mal unsere Felder hier fertig machen für, wobei ich glaube ich mache noch mal eben noch eins, hier ist noch eins näher an dem Ding hier dran, für Bäume und für Weizen und dann wollen wir demnächst mal anfangen Brot zu backen. Dazu muss ich allerdings noch sagen, gibt es da einen kleinen Tipp und zwar sollte man nicht, weil man jetzt hier sagen wir mal zehn Felder hat, direkt fünf Brote, also ein Brot braucht ein Mehl und ein Mehl braucht zwei Weizen und wenn man zehn Weizen hat, kann man also nicht, sollte man nicht direkt fünf Brote in Aufmerksamkeit hier für die Dauer, also für den Minimumstock quasi einrichten, denn das würde dazu führen, dass hier jedes Weizen sofort abgeerntet werden, dann hat man nichts mehr zum Anpflanzen. Man sollte also erst einmal züchten, ernten, anpflanzen und dann erst mit Backen anfangen. So verhindert man, dass man da vielleicht in Engpässe gerät, wo das Ganze panisch wird und stellt sicher, dass man dann auch fünf Brote auflagert. Klappt meistens ganz gut. Ähm, ja, außerdem habe ich ein bisschen Angst, dass uns unsere Leute hier noch drauf gehen. Ich glaube, wir haben leider gar kein Holz mehr gerade und wir brauchen immer noch Eisen für die Schmiede. Haben wir leider auch noch nichts gefunden und ich habe gesehen, hier irgendwo mit der Treppe, das ist auch nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt habe. Das macht aber eigentlich nichts. Ich hebe hier oben nochmal aus. Moment, einen hoch. Einen Gang. Moment, eben die Orientierung, so. Und dann machen wir hier oben, mache ich einfach ein paar Schlafsäle rein. Brauchen wir sowieso jetzt bald, denn neue Townies kriegen wir erst, wenn es Schlafmöglichkeiten gibt. Und wenn die Durchschnittsglücklichkeit über Null liegt, die gerade bei Null liegt, die sollte schon gut sein und dann kommen neue Townies. Dasselbe gilt eigentlich für Helden. Da brauchen wir erst eine Taverne, Zugang zum Dungeon und so weiter. Das machen wir dann aber als nächstes. Jetzt kümmern wir uns erstmal darum, dass unser Boot fertig wird und dass wir Soldaten kriegen. Für die Soldaten, da ich bisher ja noch kein Eisen gefunden habe, ich meine, man könnte nochmal eben rumgucken. Ein bisschen genauer hinsehen. Aber so auf den ersten Blick gab es hier nur Kohle. Also müssen wir wohl, ich gebe hier schon mal in Auftrag, eine Holzrüstung bauen und ein Holzschwert oder vielleicht ein Steinsperr. Dann bauen wir davon ein. Dann können wir unseren ersten Soldaten schon mal ausrüsten. Denn ich habe ja immer noch ein bisschen Panik vor diesen Tree Keepern. Ich weiß nicht so genau, wie sie aussehen oder was sie machen, aber sie tauchen ab und zu mal auf und hauen Leute um. Das ist mir zumindest einige Male passiert bei den Probespielen. Hier liegt überall Gravel, aber kein Eisen, das der Berghuber reingebuddelt hat. Naja. Gut. Vielleicht sollte ich dann schon mal... Ich mache das nochmal eben weg, solange wir das nicht direkt brauchen. Dann machen wir erstmal nur hier... Wie viel haben wir denn? Sechs, zwölf... Ja, genug, um da ordentlich Brot von zu machen. Hm, gut. Lassen wir mal eben laufen. Und pflanzen schon mal ein paar Pinienbäume an. Wo sind's? Die ganz normalen Bäume brauche ich. Äh, ich bin blind geworden. Blind... Da. Nehmen wir die. Ach, stopp. Stopp, stopp, stopp. Wieso aber doch nicht? Was mache ich denn hier? Das war natürlich nicht so geplant. Äh, wir müssen natürlich erstmal hier... Platz machen. Hm, das dauert noch. Okay. Dann können wir hier vielleicht nochmal ein Harvest-Buffet geben. Wobei, Futter haben wir eigentlich noch genug. Steine werden da angeliefert. Hier die Bäume, die nehme ich auch nochmal mit. Ich hoffe, da ist nicht... ...nix bei, was man hier als Treekeeper kennt. Nehmen wir die Palme auch noch mit. Und... Ein bisschen Holz für die Rüstung brauchen wir immerhin. Und dann... ...können wir hier dann auch mal überlegen, wie wir die Räume am besten anlegen. Ähm, 3x3 mache ich die, glaube ich, groß. Ich denke, ich werde da hier noch gar nicht groß planen, soll. Einfach mal ein paar Schlafsäle jetzt reinsetzen. Holen wir da ein bisschen Platz verschenken, es macht ja nichts. Wir bauen sowieso noch, ähm, ein paar schönere Schlafsäle. So, wie viel kriegen wir da rein? Shift gedrückt halten. Dann klappt das direkt besser. Oh, da hat was geblinkt. Ich dachte... Ich dachte schon, können wir hier vielleicht noch so rausziehen. Boah, das sieht doch gut aus. Kriegen wir hier denn noch nicht hin? Tatsache, ich kriege ja nur einen. Nur einen schönen. Oh, dann haben wir da einen Schäferraum. Und dann haben wir schon mal ein bisschen was angelegt. Machen wir direkt für die zweite Seite auch. Ja, warum nicht? Warum nicht? Hier nicht. Ab hier. Oh, ich verdrück mich immer. Das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig mit der Schräge. Da trifft man nicht immer genau das Feld, was man möchte. Ach, hier ist auch einer so weit drinnen. Ach, egal. Solange wir mehr als elf hinkriegen, ist das ja okay. Ein bisschen unförmig, aber... So, da noch einen hin. Haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechs, sieben, acht, neun, zehn. Fehlt einer. Guck ich da noch einen hin? Nee. Jetzt haben wir hier schon gebuddelt. Sonst könnte man... Wo könnte man denn vielleicht noch einen hinbauen? Noch einen höher? Einen höher könnten wir tatsächlich noch gehen. Tüpp, tüpp. Dann müssten wir hier die Treppen wohl hinmachen. Das macht aber eigentlich nix. So. Ja, dann machen wir da hin. Einfach kontrollieren. Wir wollen ja auf Nummer sicher gehen. Meine Leather. Und da auch. Ich traue dem Höhenindikator noch nicht so. Merkt man vielleicht. Egal. Dann haben wir da eine zweite Etage. So, mit dem Dach hier. Das hat auch irgendwie noch nicht funktioniert. Da muss ich auch nochmal... ...genauer gucken, wie das geht. Ob wir vielleicht die Mauer noch höher setzen müssen. Weil ich habe gesehen... ...man kann... ...auch... Das ist vielleicht Boden. Man kann auch zweistöckige Gebäude bauen. So, so. Also... Ich weiß nicht, ob das vielleicht so geht. Aber das sieht ja auch so aus. Als wenn das noch ein bisschen tief ist. Ich probiere das einfach mal aus. Sonst haben wir halt ein bisschen höheres Zeug hier. Hier haben wir auch noch... Wir haben wohl kein Holz mehr. Aber... Das kommt dann wohl noch. Ähm... Ja, schön. Hier kommt noch Wheat hin. Hier können wir jetzt schon mal den Befehl geben. Zum... ...pflanzen der Bäume. Damit wir dann Nachschub kriegen so langsam. In einer sicheren Umgebung. Und das erste Blut können wir auch schon mal abheben. Ah, da ist der neue Tag. Nicht Cut, sondern Harvest. Nehmen wir das schon mal weg. Und auch eine Kleinigkeit, die gar nicht so unwichtig ist. Wenn wir jetzt ein bisschen mehr in Richtung Action gehen, dann sollten wir auch dafür sorgen, dass es eine kleine Gedenkstätte gibt. Denn... Da ist Java abgeschmiert. Ich lade mal neu und hoffe, der Autosave war gut. Ja, so. Da sind wir wieder neu geladen. Und... Kein Plan, wie weit wir jetzt sind. Also, wo er genau den Autosave gemacht hat. Ich denke mal, als da vorhin der kurze Ruckler eben war. Das wird es wohl gewesen sein. Aber sicherheitshalber ziehe ich zumindestens... Warum steht da eigentlich ein Schwein auf der Mauer? Können wir das nicht? Oh, Moment. Ich töte es lieber noch nicht. Keine Ahnung, wie stark die Dinger sind. So, dann müssen wir hier neue Säbefehle geben. Das wird abgeerntet. Hier werden Bäume gepflanzt. Hier wird gehackt. Das ist gut. Ansonsten können wir dann jetzt erstmal wieder laufen lassen. Und das hier nehme ich auch nicht. Gäffe, genau. Nehmen wir die Äpfel auch noch eben mit. So, hier der ganze Trick muss mal raus. Ich mache mal einen. Ich bräuchte mal einen Dreckstopp. Also langsam. Einen nur für Dreck. Dreckide. Dreck. Dreck. Weil das Dreck echt nervig ist. So nicht. Hier könnte nur Dreck hin. Das stellen wir ein mit Managed Stockpile. Verbieten wir erstmal alles. Und dann gehen wir hin und sagen, ey, schmeiß doch mal den Dreck hier rein. So. Und ja, wie das mit den neuen Containern hier funktioniert, bin ich mir auch noch gar nicht so sicher. Kann man die hier? Kann man die hier hinstellen? Kann man die hier hinstellen? Nein. So vielleicht. Probieren wir mal aus. Da könnten wir hier eigentlich, ich kann da ein Barrel rein. Da kann tatsächlich ein Barrel für Raw Food rein. Hatte ich die schon? Ne, hier hatte ich auch noch keine, ne? Dann machen wir dafür fertiges Food. Ähm, wie weit kann man da denn gehen? Hier auch noch Barrel für Raw Materials, so. Oh, da brauchen wir aber eine Menge Holz. Eine Menge, Menge Holz. So, hier sind jetzt die Büsche angesät. Und neues Weizen auch. Jetzt können wir theoretisch schon sagen, äh, ein, zwei, neun Stück. Wir machen vier Brote. Denn jetzt haben wir hier vier Wheat. Das neue sät schon. Und, Moment. Ich mach mal drei so auf Nummer sicher gehen. Und somit ist, wenn das aufgebraucht ist, kriegen wir immer direkt Nachschub. Solange wir das regelmäßig abfarmen. Jetzt ist allerdings noch eine Sache, die wir noch nicht gemacht haben. Nämlich, wir brauchen noch eine Mühle für dreimal Stein, einmal Wut. Für das Mehl natürlich. Äh, die Mühle setze ich mal einfach direkt hier neben. Ich glaube, eine reicht da auch. Die sind, glaube ich, schneller. Äh, müssen wir mal ausprobieren. Denn, wie gesagt, ist ja auch schon etwas her. Was sieht das denn hier aus? Da schwebt noch ein Stein, der kann weg. Ich glaube, hier die Reihe kann ich auch noch. Aber auch eigentlich im Moment noch nicht. So, ich nehme hier nochmal ein paar Bäumchen eben mit. Ist hier noch mehr ausgetilgt? Nein, die sind da am Schlafen. Wird auch echt Zeit, dass die Räume hier fertig werden. Könnten wir eigentlich schon mal Personarräume draus machen? Personarräume? Äh, ich hab Personal. Helden und Personal. Ich meine natürlich Privaträume. Privatunterkünfte. Und da packen wir dann ein Bettchen rein. Und dann haben wir es. Aber das machen wir noch nicht. Denn im Moment müssen wir erstmal gucken, dass wir den Soldaten auch ausgerüstet kriegen. Wenn wir jetzt das ganze Holz für anderes Zeug raus... Ach so, die muss man hier auch selber herstellen. Ist ja schön. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt vielleicht automatisch machen. Ich tu mal einfach hier, damit das irgendwie vorankommt. So eins und so eins. So, und dann nochmal Waffen. Helme. Das ist... Der ist fertig. Die sind auch fertig. Wir werden gleich mal gucken, wen wir zum Militär ernennen. Und wir brauchen auch mal ein bisschen Deko hier. Haben wir denn da schon so schön? Das ist dann Indoor-Deko. Ein Candlestick. Ist auch genau das Richtige hier, um die Eingänge zu beleuchten. Wobei ich den Tisch vielleicht ein bisschen blöd dafür gesetzt habe. Mal da ein, da ein. Ach. Nee, das soll man... So. Ein Flensken. Tu mal noch ein Flensken hin. Haben wir ein bisschen Deko. Ist das nicht schön? Wenn die in der Nähe von der Deko sind, dann werden die übrigens glücklicher. Das und schöne Umstände. Das macht auch viel glücklich. So, die Mühle läuft. Wir wollen noch mehr Weed. Und hier kann ich auch vielleicht nochmal einmal drüber ziehen. Und was wir schon haben, mähen wir gleich nieder. Ähm, ja, gut. Schon wieder Nacht geworden. Boah, wir sind schon in der fünften Nacht. Also die Zeit vergeht hier ordentlich. Kitschen können wir überall noch nichts machen. Denn uns fehlt noch immer Eisen. Und dazu sollten wir vielleicht dann... Aber wir machen erst den Soldaten fertig, bevor wir dann auf die Idee kommen, hier nach unten zu buddeln. Das Einzige, was ich nochmal eben machen könnte, wäre weiter in den Berg graben. Und hoffen, dass wir hier vielleicht doch noch was finden. Also es wäre natürlich möglich, dass in dem Layer Eisen irgendwo liegt. Dann können wir das natürlich erst sehen, wenn wir die Steine drüber abgeackt haben. Aber, ja, wir brauchen eh noch Steine. Wobei da wahrscheinlich auch keine Steine sind. Die Steinecke hier kann ich eigentlich mal ganz rausnehmen. Dann haben wir auch wieder ein paar. Ansonsten sieht ja eigentlich alles ganz gut aus gerade. Da das Feld ist inzwischen komplett abgeackert. Und hier auch. Können wir nochmal eben drauf gehen. Und die Bäume, die wir haben, fällen wir auch direkt. So, von Dreck tragen halten sie noch nicht so viel. Wir sind gerade alle hier mit Minen beschäftigt. Aber ja, wir sind sie fleischig. Fleischig sind sie bestimmt auch. Lecker, lecker Taunis. Aber ich meinte jetzt vielleicht doch eher fleißig. Ah, komm, nimm die Bäume noch mit. Das ist ein Bärenbusch. Ja, die Forge wartet auf Eisen. Da können wir nicht viel machen. Ich glaube, für alles andere in der Forge brauchen wir auch den Envil. Der braucht einen Envil. Der braucht auch einen Envil. Für den Kitchen. In der Kitchen können wir schon mal ein bisschen was aufstellen, immerhin. Nehme ich das Schlachterding und den Küchentisch mit einem Dönerspieß. Worum auch immer der einen Dönerspieß hat. Nur den Ofen selbst kann man nicht. Man kann, man muss übrigens nicht den Ofen bauen zum Kochen. Man könnte auch draußen ein Cooking Fire hinsetzen. Das Cooking Fire hat allerdings den Nachteil, dass es nur begrenzt hält. Und da muss jedes Mal ein Holz und ein Flint verwendet werden, um das wieder aufzufüllen quasi. Ich weiß gar nicht, kann man hier eigentlich auch sagen automatisch? Ich meine, es geht sowieso automatisch, wenn das gebraucht wird. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. So, das ist mir auch gerade nicht so wichtig. Haben wir denn jemanden, der sich dafür zuständig fühlt überhaupt? Baking gucken, ja, ist nur aktiviert. Die Jobgruppen habe ich schon wieder vergessen. Tragebäuys und welche, die nicht tragen und nicht shoppen. Ach, guck mal, die Kerze, die beleuchtet sogar den Raum. Das heißt, wir brauchen da doch noch welche. Was uns doch ein bisschen doof aussieht, glaube ich. Aber egal, Deko ist gut. Da müssten sich jetzt nur noch mal welche hinsetzen und essen. Kommt aber bestimmt noch. Komm, grast hier keiner ab. Los. Oh, die haben Hunger. Ich glaube, wir haben echt Probleme gleich. Wir brauchen langsam echt mal was zu essen. Ach so, wir können ja noch hier. Dann harvesten wir die ganze Ecke hier noch mal ab. Die sind ganz schön verfressen, ne? Vorhin hatten wir doch noch so viel. Naja, so viel ist vielleicht übertrieben. Aber ich glaube, knapp wird es trotzdem hier. Die sind schon alle recht langsam. Ich glaube, unser erster... ...unser erster Meute, die... ...stirbt einfach an Verhungern. Na, hoffentlich nicht. Das wäre doch ein bisschen peinlich. Dann hört ihr euch jetzt hier vielleicht mal auf zu hacken. Machen wir hier nochmal Pause. Hier sind hier keine Steine. So, und jetzt hier geht er dann. Ich mache mal eben einen, der nichts tut außer... ...das. Ja, machen wir zwei. Müssen wir wohl gleich wieder ändern, aber das ist ja nicht so schlimm. Können wir eigentlich auch mal einen machen, der nur kocht, oder? Ach so, jetzt sind hier auch noch gerne Aufträge. Ah ja, sie hat schon mal eine Birne. Ist schon mal glücklich. Ah, jetzt geht es auch wieder. Und da war auch der Autosave. Perfekt. Okay. Hey. Ähm. Ach, ich dachte gerade. Ne, Eisen ist, glaube ich, ein bisschen rötlicher. Schon lange nicht mehr gesehen. Aber hier haben wir auch zumindest ein bisschen Sand. Ist vielleicht auch nochmal ganz praktisch. Ich bin mir wohl nicht sicher, ob man wirklich was aus Sand machen konnte. Aber normalerweise geht das ja, ne? Hier sind auch mehr und Äpfel, die nehme ich noch mit. Ja, Personal Rooms. Da brauchen wir auch mal Betten. Hier sieht das Ganze ja dann doch schon etwas bewaldet aus, so langsam. Muit haben wir auch eine Menge. Und dann sollte es jetzt auch bald mal die ersten Brote geben, eigentlich. Wobei die wahrscheinlich, ich habe hier noch gar keinen drin, gearbeitet sehen. Da haben wir aber nichts vergessen, ne? Bäckerei, Ofen, Bäckerei, Tisch. Und ein Brot braucht... Ah, Rüstung ist auch fast fertig. Ein Brot braucht... Ein Ofen, ein Tisch. Ja, das haben wir auf jeden Fall. Das sollte also funktionieren. Dann hängt wahrscheinlich gerade noch ein bisschen daran, wer was hier macht. Ein bisschen viel Aufgaben auf einmal. Das ist natürlich immer eine kleine Gefahr dabei, gerade wenn man noch so wenig Leute hat. Aber für heute verabschiede ich mich mal und sage, bis zum nächsten Mal. Euer Schumbach. also hilft, es heilt die göttliche Kraft, zwei hole in Christian Gap звuss, oder sie geht in der Schuss dann an, ja mal eineuluge, Und das iställze von Schubachblade,